Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen hier zu SpieleTalks, eurem Lieblings-Videospiele-Talk-Format in der Welt. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn es mehr Spiele mit weniger Gewalt auf der Welt gäbe. Ihr wisst sicherlich, wenn ihr mal ein Videospiel gespielt habt, die meisten davon kommen nicht ohne Gewalt aus. Und wir wollen uns heute mal gemeinsam fragen, warum das denn so ist und ob es nicht anders sein könnte. Wir, das bin ich, der René und ich habe heute hier im Studio die Mandy, die ihr ja bereits aus vielen, vielen anderen Folgen kennt und ein ganz, ganz neues, freshes, hübsches Gesicht bei SpieleTalks. Der Dom, der kann sich ja auch selber mal kurz vorstellen. Ja, genau. Das ist heute mein dritter Arbeitstag tatsächlich mittlerweile. Ich bin ganz neu in der Spieltipps-Familie unterwegs, allerdings nur Teilzeit. Das heißt, ihr habt mich nicht jeden Tag vor der Nase und ihr auch nicht, sondern genau, ich gucke mal so rein, wenn Platz für mich ist und das ist heute mal so ein Tag, genau. Das ist ein guter Tag, oder? Ja, ich freue mich sehr auf diese Runde. Das war ja ein Vorschlag, den ich ein bisschen angeregt habe und der Profil aber sofort auf fruchtbaren Boden und ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Dementsprechend sind die Erwartungen auch riesengroß. Ich bin dafür, wir gehen rein und hauen uns die Argumente an den Kopf. Okay, aber meinst du, wir zanken uns ein bisschen? Ich glaube, wir haben, wir haben, ich glaube, wir haben sehr eine überschneidende Meinung. Ich glaube nicht, dass wir so sehr auseinander gehen. Vermute ich. Ich hoffe es. Oh je, so wie du fragst. Okay. Wir Spannungen erzeugen, ne? Wir sollen ja ja auch nicht einen Kuschelkurs fahren. Aber mal sehen, mal sehen, wo es hingeht. Zum Thema Kuschelkurs. Ihr seid natürlich auch ein Teil von dem Ganzen. Wir gucken euch zu, wie ihr Kommentare schreibt bei Facebook. Ich hoffe, das funktioniert auch richtig. Aktuell weiß ich nicht genau, ob die Kommentare aktualisiert werden bei mir in der Ansicht. Aber kommentiert fleißig bei Facebook und wir greifen das auf, so wie wir können. Ich würde mit einer Frage einsteigen an euch beide. Und zwar, die meisten Spiele, die man kennt, ich hatte es eben schon mal erwähnt, funktionieren auf die ein oder andere Art mit Gewalt oder Übergewalt. Entweder Gewalt, die die eigene Spielfigur anderen Figuren in der Welt antut oder Gewalt, die der Figur angetan wird, die wir steuern. Kennt ihr denn oder könnt ihr euch an das letzte Spiel erinnern, das ihr gespielt habt, das komplett ohne irgendeine Form von Gewalt ausgekommen ist? Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich tatsächlich kurz nachdenken und habe das nur gesagt, um diese Nachdenkstille zu verbrücken. Also die fällt dir einfach an. Ja, also eins, was ich angespielt habe auf der Gamescom tatsächlich. Erzähl. Und das ist das Spiritfarer. Das kommt ja bald raus, ich glaube im Frühjahr 2020. Da geht es darum, dass man auf einer Fähre ist und dort Geisterseelen in die nächste Welt übergibt oder die begleitet. Und da ist man also wirklich nur am Farmen, Kochen, dann reist man umher. Und was ganz süß ist zu beobachten bei dem Spiel, wo ich auch finde, dass halt dieses Gewaltthema ganz in den Hintergrund rückt, dass man so Leute knuddeln und sich um sie kümmern kann. Also das ist so ein richtig zentrales Element im Spiel. Und ja, es kommt tatsächlich, also ich kenne es natürlich noch nicht voll, das Spiel, aber ich glaube, es wird ganz ohne Gewalt auskommen. Hat man so ein übergeordnetes Ziel im Spiel, auf das man hinarbeitet? Oder ist das eher so ein meditatives Ding? Ja, wie gesagt, man muss diese Geisterseelen. Man hat Freunde auf dieser Fähre, die sich in so einem Übergang befinden zwischen der jetzigen Welt und dem Jenseits. Und die begleitet man halt und macht für die Aufgaben oder Ähnliches und verarbeitet halt den Tod in diesem Spiel. Das Spiel, das mir jetzt eingefallen ist, während du gesprochen hast, habe ich tatsächlich nochmal fieberhaft nachgedacht, was ja schon bezeichnet irgendwie ist. Aber mir fiel das Spiel an Astronir. Okay. Dieses Spiel, wer es nicht kennt, ein ganz fantastisches Spiel, das sich anfühlt wie eine Mischung aus Norman Sky und einem Rätselspiel. Ein kleines Universum, in dem man startet als Astronaut. Wie der Name schon sagt, dann geht es im Grunde nur darum, herauszufinden, was ist das große Geheimnis dieses Universums. Und das macht einen großen Spaß und das ist so fordernd auf so eine Art und Weise, dass man die ganze Zeit überlegt, was ist denn hier passiert. Man kommt auf unterschiedliche Planeten, man lernt Aliens, man spricht mit sehr vielen Menschen und man fragt sich die ganze Zeit, was geht hier eigentlich ab und vermisst gar nicht oder man bemerkt gar nicht die fehlende Funktion, jemanden über den Haufen zu schießen. Und das, finde ich, war eine ganz faszinierende Beobachtung an mir selbst, weil ich spiele auch sehr gerne Battlefield, Call of Duty, irgendwelche anderen Dinge, denen Gewalt die Spielmechanik ist. Aber in dem Spiel war ich so involviert in dieses Rätselding, dass ich darauf gar nicht gekommen bin, dass ich das jetzt irgendwie vermisse oder brauche. Ja, genau, Astronir. Ist das dieses Spiel, wo man einen gewissen Zeitabschnitt öfter spielt und dann versucht, Rätsel und Geheimnisse dieser Welt zu ergründen? So ein bisschen dieses Majoram's Mask-Prinzip? Genau, oder wenn man mit Filmen spricht, Groundhog Day, also man stirbt ganz oft in diesem Spiel, das ist auch kein Spoiler, das ist eine Kernspielmechanik. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie das Raumschiff schlecht landet oder so, dann stirbt man. Und dann startet man immer bei dem selben Punkt, aber die Geschichte im Universum geht weiter. Das ist kein klassischer Checkpoint, sondern es ist was passiert in der Zwischenzeit und du kehrst jetzt wieder zurück und guckst, was ist hier passiert, während ich kurz weg war. Und das ist spannend. Das ist sehr spannend. Also ich musste wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen, um eines zu finden, wo ich komplett ausschließen konnte, dass da Gewalt stattfindet. Ich bin dann auf das Indie-Spiel auch tatsächlich im Indie-Sektor angekommen, Long Way Home, falls euch das so sagt. Das ist so eine Art Micromanagement-Strategie-Spiel, so mit Roguelike-Elementen, bei denen man versucht, von einem Ende der Galaxie wieder nach Hause zurückzukommen und es funktioniert quasi über die strategische Verwendung von Ressourcen. Aber selbst da, wenn man im Detail guckt, tun sich gewisse Konflikte auf. Man kann außerirdischen Rassen begegnen, das wird dann alles eher in Form von Erzählung und weniger visuell übermittelt. Aber trotzdem ist schon ein Funken Gewalt mit da, sodass ich jetzt nicht sagen könnte, okay, das ist komplett unbelastet, was dieses Thema angeht. Deswegen ist es mir auch sehr schwer gefallen. Ich habe eben im Chat gelesen, dass jemand Rocket League genannt hat, aber selbst da, wenn man ehrlich ist, gibt es Konfrontationen, sogar halt physische Konfrontationen. Man kann Autos rammen, man setzt sich auch gewalthaltig natürlich gegen das andere Team durch. Deswegen, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, auf ein Spiel zu stoßen, wo so gar keine Konflikt- und Gewaltelemente drin sind. Vor allem, ich habe sofort an so ein süßes Spiel wie Minecraft gedacht, wo man eigentlich denkt, das ist ein super friedfertiges Spiel. Ist es aber nicht. Also da ist ja auch ein zentrales Element, ein Monster zu töten oder sonstiges. Also selbst bei so, oder auch wenn ein Nintendo-Spiel oder ähnliches, wo die Zielgruppe auch sehr jung ist, selbst da hast du dann irgendwie eine Art von Gewalt. Obwohl man eigentlich annehmen müsste, ja gut, da ist es dann vielleicht gar nicht drin. Was spannend ist, ich weiß nicht, ob ihr diese Spielweise selber bei euch privat anwendet, aber was ich sehr gerne mache, ist bei Spielen, vor allem bei Open-World-Spielen, die eigentlich sich aufbauen auf einem Gewaltmechanismus. Zum Beispiel Days Gone, ein Spiel, das sich um die Zombie-Apokalypse treten, wenn man ein Zombie irgendwie umbringt und all das. Das macht unheimlich viel Spaß, einfach nur durch diese extrem atmosphärischen Wälder zu spazieren und einfach niemanden anzugreifen und vor Zombies halt meinetwegen einfach wegzulaufen oder sich halt zu wehren. Aber einfach nur das wie so ein Spaziergang-Simulator zu nehmen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lame, auch vielleicht für die Leute da draußen, aber wenn ihr das Spiel besitzt, macht das mal. Das ist echt, das ist wirklich eine ganz besondere Art, dieses Spiel zu erleben, das ja eigentlich dafür gemacht ist, Zombies zu killen und irgendwelchen anderen Menschen auch. Aber dann da einfach mal so rumzulaufen und diese Atmosphäre auf sich wirken zu lassen, das macht Spaß. Das mache ich gerne in solchen Spielen, ja. Ich fand auch den Punkt interessant, den du gerade angesprochen hast, dass du, dass dir selber erstmal, du brauchst jetzt ein bisschen Zeit, damit du bemerkt hast, ach, dieses Spiel will gar nicht, als du Estronee eben erwähnt hast, es will gar nicht, dass ich Gewalt anwende und dass dir das so wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Was glaubt ihr denn, warum Gewalt generell als probates Mittel in Videospielen akzeptiert wird, so großflächig akzeptiert wird, teilweise als einziges Mittel der Konfliktbewältigung in den Erzählungen, die da zugrunde liegen, selbst wenn die Erzählung nicht mal eine Rolle spielt, also es gibt ja auch einfach ganz viele Multiplayer-Spiele, wo Konflikte im Mittelpunkt stehen, die dann so ein bisschen mit einer Lore noch angefüttert werden, aber meist eher so im Nachgang oder so als Goodie obendrauf. Warum glaubt ihr denn, haben wir so eine breite Akzeptanz als Konsumenten, Gewalt als probates Mittel zu akzeptieren? Also mir würden da als Antwort zwei Ebenen einfallen. Zum einen ganz klar kulturell bedingt, dass wir einfach daran sozialisiert sind und daran gewohnt sind, dass Gewalt eine Rolle in unserem Leben spielt. Jeder von uns, also das ist einfach, da liegt in der menschlichen Natur, dass wir mit Gewalt was anfangen können, so. Ich war letztens auf so einer Hausparty und da lief GTA im Hintergrund und irgendwelche Leute, die gar nicht so oft spielen, haben GTA gespielt und haben natürlich sofort verstanden, okay, mit der Steuerung, das funktioniert schon irgendwie. Und das allererste, was dieser Typ gemacht hat, den ich an dem Abend kennengelernt habe, war, sich eine Waffe zu nehmen und halt Zivilisten zu erschießen. Und alle haben gelacht. Und in diesem Kontext war das halt gar kein Problem, weil jeder wusste, das ist halt in dem Spiel. Und das ist ja auch, also er ist ja nicht aggressiv in dem Moment, sondern das ist nur so ein, er macht's, weil es geht. Und da war ja niemand im Raum und hat gesagt so, oh, 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 was machst du da? Sondern jeder von uns kennt Gewalt und akzeptiert Gewalt in diesem Raum. Und ich glaube, das ist der eine Grund, warum Gewalt so häufig Stilmittel und da zentrales Element in solchen Spielen ist. Auf der anderen Seite, spielmechanisch, ist es halt total geil. Gewalt ist perfekt, um Hindernisse zu überwinden. Gewalt versteht jeder sofort. Du brauchst kein Tutorial, um zu verstehen, dass du mit einer Waffe auf einen Gegner schießen kannst. Und du kannst drumherum so Langzeitmotivationen bauen, wie Upgrades und irgendwelche Skins und so. Und diese beiden Gründe, glaube ich, sind schon erstmal Grund genug, um für Spielentwickler zu sagen, klar, Gewalt ist super für uns, um Langzeitmotivation aufzubauen und um dem Spieler eine Beschäftigung zu geben. Das sind so meine Antworten darauf, ja. Oder würdest du eben noch? Nö, also ja, frag das mal. Ich würde danach was sagen. Um darauf so ein bisschen einzugehen, was du grad meinst, Gewalt ist halt nicht nur eingängig, sondern auch endgültig. Also wenn ich jemanden quasi aus dem Spiel nehme, indem ich die Figur ausschalte, indem ich der irgendwas antue und sie somit irgendwie einschränke, dann weiß ich, okay, ich habe da jetzt einen dauerhaften Schaden hinterlassen oder vielleicht sogar die Figur getötet. Wohingegen ein diplomatischer Ansatz beispielsweise, wenn ein Konflikt im Mittelpunkt der Erzählung steht, sehr viel schwieriger wäre darzustellen in einem Videospiel, viel schwieriger auch und komplizierter für den Spieler zu erfassen und umzusetzen wäre. Also keine Ahnung, wenn man das zurückführt auf Spiele wie Schach zum Beispiel oder so, die ganz einfachen Gesellschaftsspiele, die seit Äonen Teil der Menschheitskultur sind, auch da wird ja quasi Gewalt angewendet, auch wenn der erzählerische Überbau ein anderer ist. Aber auf dem Schachbrett nehme ich einen Bauer aus dem Spiel, was für eine kleine Holzfigur ist, aber die wird halt quasi getötet in dem Narrativ, was ich da aufbaue. Und das ist bei einem Dame zum Beispiel auch so und bei ganz vielen anderen Gesellschaftsspielen. Also ich glaube auch diese Endgültigkeit halt einfach von einem Gewaltakt ist das, was es attraktiv macht für ein Spielmechanismus. Und es bleibt konsequenzfrei für uns als Menschen. Also innerhalb der Spielwelt kann das natürlich Konsequenzen haben, meistens hat es das, aber für uns als Spieler ist es ja egal. Also wir können ja so viele Menschen umbringen in diesen Spielen, wie wir wollen. Wir wissen ja, es hat erstmal keine direkte Konsequenz für uns. Wir machen uns nicht wirklich strafbar, wenn wir einen GTA-Zivilisten erschießen. Ich glaube, da liegt auch der Reiz. Und dadurch ist dann die Hemmspiele natürlich auch niedrig. Wobei ich auch da sein muss. Auch da finde ich es spannend, mit Menschen mal zu sprechen, die vielleicht gar keinen Kontakt mit Videospielen haben. Die haben diese Hemmschwelle noch. Also es ist nicht wirklich jeder so drauf, dass er, wenn er GTA in die Finger bekommt, sofort sagt, wo ist die AK, Leute, jetzt geht's los. Sondern es gibt sehr viele Menschen, die eben nicht sozialisiert mitspielen, die eben noch diese Hemmschwelle haben. Und das finde ich super spannend, weil wir drei haben das ja schon längst verloren. Einfach weil wir uns die ganze Zeit damit auseinandersetzen. Und ich finde es spannend, es ist scheinbar doch so dieses, also natürlicherweise trotzdem bei Menschen, die nicht so daran gewöhnt sind, noch so dieses, ist das wirklich richtig, was ich hier gerade mache. Das finde ich spannend. Wobei ich bei mir auch feststelle, das kommt wieder. Also irgendwann so als Jugendlicher und vielleicht noch vor zehn Jahren oder so, war ich da relativ abgestumpft dem Gegenüber und hatte das durch so einen Gewöhnungseffekt halt einfach nicht mehr schockiert, wenn ich mit Gewalt in Spielen konfrontiert wurde. Aber mittlerweile schlägt das wieder ein bisschen um. Und ich frage mich viel häufiger, warum jetzt? Warum muss das sein? Und warum muss das vielleicht in dem Setting stattfinden? Aber ich habe eine, oder hast du einen Kommentar? Das ist ein interessanter Kommentar, der das, glaube ich, unterstützt. Das ist von Tristan Isahat. Und zwar... Ein übrigens Stammleser von uns, der auch immer sehr rege bei... Soll ich das mal vorlesen? Bei Facebook kommentiert und immer sehr konstruktive und nette Kommentare. Da lässt einen lieben Gruß an den Tristan an der Stelle. Ja, liest doch gerne mal vor. Er schreibt, sind wir mal ehrlich, Gewalt ist spannend. Ich würde mal behaupten, dass wir alle nicht gerne Gewalt in der Realität ausüben und erst rechtlich gerne Gewalt angetan bekommen. Aber diese Faszination der Gewalt macht einfach Spaß und virtuell Gewalt auszuüben, gibt uns die Möglichkeit, Gewalt ohne Konsequenzen virtuell auszuüben. Ach Gott, ich bin gesprungen, ne? Was ja auch in die Richtung geht, was Dom eben schon erwähnt hat. Da hätte ich mal eine Frage an die Mandy, weil du ja vorhin so begeistert von diesem Indie-Spiel erzählst. Wie heißt das nochmal? Spiritfarer. Spiritfarer. Farer. Farer. Okay. Könntest du dir vorstellen, dass gewaltfreie Spiele für ein breites Publikum vielleicht einfach uninteressant sein könnten? Also du hast da irgendwie Spaß dran gefunden? Weil das halt auch eher so ein Ding ist, man ist in der Erfahrung und quasi man nimmt sich so die Freude daraus, was man in diesem Moment macht und nicht daran, dass man vielleicht irgendwie damit die Welt rettet oder die ganze Zeit irgendwie stärker wird oder sowas. Glaubst du, dass der Mainstream einfach nicht bereit wäre, solche Spiele zu akzeptieren? Oder kennst du Gegenbeispiele für das, was ich sage? Ich glaube, es ist schwierig, weil eine große Masse, glaube ich, dieses, was wir jetzt auch alle schon aufgeschlüsselt haben, dieses mit auch, wenn man in Shooter dieses Erfolgserlebnis hat, ich habe jemanden getötet, ich bin besser als er, das haben viele, glaube ich, verinnerlicht in ihrer Spielerfahrung und würden wahrscheinlich deswegen eher nicht auf solche Spiele zurückgreifen. Aber mir fällt gerade wieder ein Beispiel ein, was sehr gut passt, ist sowas wie Stardew Valley oder Harvest Moon. Das ist ja auch ähnlich, wo Leute ja dann einfach nur ihrem Tagesablauf nachgehen und dann farmen und im Prinzip, ich meine, ich glaube, bei Stardew Valley gibt es Gewalt, das weiß ich jetzt gar nicht, aber bei Harvest Moon kommt es komplett ohne Gewalt aus und die Spiele haben ja auch eine große Fanbase und sind erfolgreich gewesen. Also ich kann es mir vorstellen, wenn man es vielleicht mehr in den Fokus rückt und es auch mehr Spiele gibt, die sowas anbieten, dass man das alles ein bisschen mehr in diese Richtung lenken könnte. Ja, doch schon. Also ich glaube, ich glaube das auch und ich glaube, dass Spiele, die keine Gewalt als Spielelement anbieten, allen Menschen, die total gerne Call of Duty und Battlefield spielen, genauso gut gefallen könnte. Ich glaube nur, dass es immer schwierig ist, dass sich diese Menschen darauf einlassen und ich gehöre dazu auch, weil dann sofort, vor allem jetzt mittlerweile so in dieser modernen Welt, der Verdachtsmoment aufkommt, dass man als Spieler denkt so, ah, das ist irgendwie so ein fancy Spiel, dass irgendwie uns extra die Gewalt wegnimmt, weil es irgendwie so sich anbiedern will an irgend so fancy, komische Typen oder Frauen. Aber wenn es auch, selbst wenn es dafür einen guten Grund gäbe, stellt euch mal vor, das nächste Call of Duty, in der Kampagne kann man keinen einzigen Schuss abfeuern und dafür gibt es irgendeinen guten Grund. Also keine Ahnung, ich bin kein Spielentwickler, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, um mir das auszudenken, aber keine Ahnung, der Protagonist hat irgendwie einen Schwur abgelegt, er darf keine Waffe mehr in die Hand nehmen oder er hat irgendwie eine Operation hinter sich und explodiert, wenn er eine Waffe in die Hand nimmt. Irgend so ein Blödsinn. Und das ist dann irgendein Grund und dann bekommt man interessante Spielmechaniken angeboten, drumherum zu arbeiten. Und was auf dem Papier spannend klingt, glaube ich, würde untergehen in einem Shitstorm, weil dann ganz oft das Argument kommen würde, ihr nehmt uns was weg und es wird was rausgespart, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube, in dieser Atmosphäre und in diesem Stimmungsbild ist es super schwer, mal so einen Push zu machen in diesen Mainstream rein, in den AAA-Spielen, ohne eben Gefahr zu laufen, dass Leute sich aufregen und sagen, ihr nehmt uns was weg. Und dass das halt so ein bisschen macht. Aber interessant wäre mal zu fragen, diese Leute, warum sie das nicht ohne Gewalt könnten. Also das würde mich dann interessieren, wenn jemand sagt, nein, ich brauche das unbedingt, ich will Leute erschießen, dann würde ich gerne mal fragen, ja, aber warum denn genau, warum brauchst du das? Also ich glaube, der Grund wäre, dass Call of Duty und solche Geschichten halt so typische Feierabend-Kopf-Ausspiele sind. Und ich glaube, wenn du eine gute Erklärung erstmal dafür liefern musst, warum kann ich jetzt keine Gewalt anwenden? Und warum ist da vielleicht ein tiefer gehendes Problem da, was ich auf eine andere Art lösen muss? Dann wird es komplex. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Und Leute, die Call of Duty zocken, wollen glaube ich nicht angestrengt und total herausgefordert werden, sondern eher ein bisschen entspannen. Ja, aber bei Harvest Moon kann ich auch entspannen. Also ich jetzt persönlich, was ist daran jetzt nicht, also da muss ich ja auch nicht irgendwie. Wobei ich glaube, was er meint ist, dass, also korrigiere mich, wenn ich da falsch schläge, aber bei Harvest Moon, das sind ja Genres, die von sich aus erstmal gar nicht so natürlicherweise Gewalt anbieten, sondern mehr dieses Landwirtschaftsding. Aber wenn du jetzt in einem Shooter, du nahm ja schon Shooter, jetzt irgendwie eine Erklärung finden musst, warum du es ausgerechnet dort nicht darfst. Ich glaube, dann kommen wir in den Bereich von, man muss sich irgendwas ausdenken, warum man das nicht kann. Und ich glaube auch, so abseits von bekannten Genres wie Simulationen, die vielleicht so in der Breite nicht so krass die Beachtung finden, aber die ein unglaublich großes Publikum haben und eine unglaublich große Community haben und total beliebt sind, ist es schwer, irgendeinen neuen Ansatz, der ohne Gewalt auskommt, zu vermarkten. Also ich glaube, es würde schon, wie du gesagt hast, ein großes Publikum finden, was Bock auf sowas hätte und was vielleicht auch experimentierfreudig wäre. Aber wie verkaufst du sowas? Nehmen wir den letzten Trailer zum neuen Call of Duty Modern Warfare, wo ich auch die Kolumne, die etwas umstrittene Kolumne drüber geschrieben habe, dass dieser Trailer quasi nur ein Gewaltporno ist und ich aber eigentlich gar nichts vermittelt kriege, was dieses Spiel jetzt besonders macht. Das war also mein Empfinden, ich habe das noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, könnt ihr gerne auf spieletipps.de nachlesen. Aber da ist halt so das Beispiel, ich zeige irgendwie anderthalb Minuten cool inszenierte Szenen, in denen Leute erschossen werden und der Spieler weiß sofort, woran er ist. Der weiß halt genau, das ist so das Gewohnte, das kenne ich und damit assoziiere ich auch Spielspaß und das ist ja erstmal nicht verwerflich, damit Spielspaß zu assoziieren. Und dann ist dem Vermarkter quasi schon damit geholfen, dass die den Leuten immer wieder was geben, was die schon kennen. Wenn ich jetzt anfange, irgendein Spiel anzubieten, wie du dieses Experiment gerade beschrieben hast, was eigentlich ein Shooter-Szenario hat, aber dir untersagt, Gewalt anzuwenden, wie willst du das einem breiten Publikum verkaufen? Also was willst du dann zeigen, dass die Leute überhaupt erstmal Interesse entwickeln, sich tiefergehend damit zu beschäftigen? Also ich glaube, da ist einfach auch die Scheu vom Vermarkter da. Beziehungsweise, wenn man es anders formuliert, die Verlockung zu groß darauf zu verzichten, denn Gewalt vermarkte sich halt so gut. Und ich meine, denkt mal zurück an den Trailer von Battlefield 1, als das auf der E3 gezeigt wurde. Ich weiß nicht, wer es noch im Kopf hat, aber da wurde ein Zusammenschnitt von unglaublich cineastischen Kinoreifen-Szenen gezeigt, untermalten diesem Remix von Seven Nation Army. Und ich muss wirklich gestehen, das ist so ein Trailer, den gucke ich mir heute auch nochmal nicht mal an, weil der Flow von dieser Musik, der passt so gut zu den Szenen, die gezeigt werden. Und da sieht man ja auch Giftgas, was in Schützengräben gegeben wird, was bis zu dem Zeitpunkt auch so noch nie gesehen wurde. Leute, die in Panzer steigen, deutsche Soldaten, die in Schützengräben gegeneinander im Faustkampf sind, ums Überleben kämpfen, aber alles untermalt in diesem White Stripes-Sound. Und plötzlich fängst du an zu wippen. Und ich denke mir dann, sag mal, was mache ich denn hier gerade? Ich gucke hier gerade einen der schlimmsten Kriege der Welt zu aufbereiten als Videospiel und bekomme Ohrwummen davon. Und das ist halt krass. Aber das zeigt eben, das steckt zum einen wieder in uns drin, dieses Gewaltding. Und zum anderen, du kannst es halt so toll vermarkten als Entwickler und als Publisher. Warum sollte man darauf verzichten? Und das ist halt, deswegen finde ich es dann eben auch doof, wenn man einfach nur als zum Beispiel wir als Journalisten und als Kritiker sagen, wir wollen einfach Spiele, die komplett auf Gewalt verzichten. Das ist halt nur, um auf Gewalt zu verzichten per se, finde ich halt blödsinnig. Aber dieser Verzicht, wenn man sich mal so ein bisschen einschränken würde als Entwicklerteam, was ja auch viele machen, dann merkt man plötzlich, durch diese Einschränkung entstehen ganz neue Ideen und neue Konzepte. Und die bereichern ja die komplette Spielwelt. Und das ist so ein Punkt, auf den ich immer hinaus möchte bei solchen Diskussionen. Wenn man mal auf Gewalt verzichtet, heißt das ja nicht, man verliert was, sondern im Grunde, man gewinnt was dazu. Man gewinnt die Spiele dazu, die jetzt versuchen, ein neues Konzept auszuprobieren. Und deswegen verschwinden ja auch nicht plötzlich die Call of Duty aus den Regalen. Es kommt ja nur was dazu. Und das finde ich halt, ja, deswegen gerne. Also ich finde es spannend, das mal auszuprobieren. Und ich finde auch, wo du das Beispiel gerade noch mal genannt hast, Gewalt ist ja deswegen auch so verlockend, weil sie sehr estetisch sein kann. Und an einem Dark Souls zum Beispiel oder generell an den Soulsborne-Spielen sieht man ja, was für eine elegante Choreografie auch in Gewaltausübung stecken kann. Und sowas kann unglaublich verlockend sein, ohne dass man gleichzeitig irgendwelche morbiden Gedanken hegt und irgendwelche Aggressionen in sich hegt, während man das sieht und während man diese Bewegung ausführt, die schon fast musikalische Rhythmen annehmen, gerade bei den Soulsborne-Spielen. Und das muss ja nicht immer so stumpf sein. Das kann ja auch einfach, ja, das kann ja auch einfach rhythmisch ansprechend sein oder ästhetisch ansprechend sein. Ja, oder denkt nur mal an die Star-Wars-Filme, um jetzt mal kurz von Spielen wegzugehen. Ich versuche da auch nicht zu tief einzutauchen, aber denkt mal daran, wer sich da so ein bisschen auskennt. Und ich kenne mich leider viel zu gut damit aus, also ich weiß ja auch nicht alles. Aber was ich halt weiß ist, es gibt so diese sechs, sieben verschiedenen Lichtschwertkampfstile und alle stehen für so eine unterschiedliche Charakteristika. Manche sind defensiver, manche sind offensiver, manche schöpfen aus der dunklen Seite der Macht. Und wenn du jemanden siehst, der einen dieser Typen perfektioniert hat, dann weißt du automatisch schon so ein bisschen, wer steht vor dir. Weil das viel über den Charakter verrät. Oder auch wenn du God of War nimmst, wenn Grathos kämpft, seiner Kampfweise, dieses extrem offensive, aggressive, das geht verloren in diesem letzten Spiel aus dem Jahr 2018, in dem er so dieser Familienvater geworden ist. Er kämpft völlig anders und das ist eine Charakterisierung. Und dann merkt man, dass Gewalt in dem Fall wirklich ein wertvolles Zielmittel ist. Aber eben nicht immer. Aber es gibt die guten Beispiele. Mandy, du hast ja am Anfang schon mal erwähnt, dass selbst so ein Super Mario oder sowas ja auch eine Form von Gewalt beinhaltet. Und wenn man es ein bisschen weiter spinnt, sind auch Spiele wie Fortnite logischerweise, auch wenn da keine explizite Gewalt stattfindet und keine brutalen Szenen in dem Sinne zu sehen sind. Gewaltspiele und selbst Rennspiele. Wir hatten es vorhin von Rocket League und anderen Sachen, wo vielleicht auch strukturelle oder psychologische Gewalt dargestellt ist. Gerade bei solchen Beispielen wäre es nicht eigentlich angebracht, dass gerade so kindgerechte Spiele komplett auf Gewalt verzichten müssen? Oder denkst du, dass auch die brauchen so ein Konfliktelement? Ich glaube schon, also in einem gewissen Rahmen ist es okay. Es kommt natürlich mal darauf an, wie es dargestellt wird. Weil Gewalt ist nun mal ein Teil unseres Lebens und dieser Welt. Wie jetzt auch immer. Und deswegen ist es glaube ich schon wichtig, dass Kinder auch damit in Berührung kommen. Man kann sich auch jeden Disney-Film angucken, wo Gewalt drin vorkommt oder irgendwelche, der Tod oder sonstiges. Es ist ja wichtig, dass Kinder da auch herangeführt werden. Bloß es kommt halt darauf an, auf welche Weise. Ja, so würde ich das sagen. Also man sollte es nicht, ich finde Gewalt per se in Videospielen ja auch nicht schlecht. Es hat ja, wir haben ja jetzt auch schon zusammengefasst, hat ja auch einen Reiz. Und man kann das halt auch behandeln. Aber es kommt immer darauf an, glaube ich, in welchem Maß und in welchem Grad es behandelt wird. Oder wie es auch dargestellt wird. Ja, doch, ich finde es, ich finde es schon, es kann schon weinhalten. Also Gewalt weinhalten, ja. Also Gewalt als nicht wegzudenkender Teil unseres normalen Lebens. Als Spiegel dann die Videospiele, die das natürlich aufgreifen. Die Frage, die wir eingangs gestellt haben, die ja auch so das Thema heute sein soll. Also vielleicht am Ende nicht mehr Spiele mit weniger Gewalt, sondern vielleicht mehr Spiele, die sich anders mit Gewalt auseinandersetzen. Genau, auch mehr Spiele, die uns aus dieser Täterrolle fast schon befreien und auch mal die Folgen von Gewalt zeigen. Das ist auch interessant. Stellt euch einfach mal vor, Battlefield 1 spielen hunderttausende Menschen, wenn die Leichnamen von anderen Spielern nicht verschwinden würden. Das würde schon reichen. Das ist ein komplett anderes Bild des Schlachtfeldes, weil man einfach, das verändert nicht die Spielmechanik, verändert auch nicht den Spielspaß in dem Sinne, aber es zeigt die Folgen von dem Konflikt. Und wenn du nach einem einstündigen Multiplayer-Gefecht mit 64 Spielern insgesamt dann diese Leichname siehst am Ende der Runde, ich glaube, das hat einen Effekt. Und das sind so Kleinigkeiten allein. Die würden schon, glaube ich, Dinge verändern und so ein bisschen reflektierter uns umgehen lassen mit Gewalt in Spielen. Bei etwas, das im Vorfeld zur Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 gemunkelt wurde, dass es da ein Feature geben soll, dass menschliche und tierische Kadaver liegen bleiben in der Spielwelt und man denen dann, wenn man denen nochmal begegnet, so beim Verwesen quasi zugucken kann, was ja eine erzählerisch ähnliche Funktion dann hätte. Auch wenn es kein menschlicher Gegenspieler ist, den man da vorher aus dem Spiel genommen hat. Aber genau sowas fände ich auch interessant, einfach die Leute auch mal wieder daran zu erinnern, was das bedeutet, wenn sie Gewalt anwenden und teilweise halt auch explizite brutale Gewalt anwenden, um Konflikte zu lösen in Spielen. Ich habe da auch eine schöne Anekdote mit Red Dead Redemption 2. Ich habe das um die Weihnachtszeit mit meinem Bruder zuhause gespielt. Die Mutter hat zugeguckt, die hat eher Berührungsschwierigkeiten, was sowas angeht, also Videospiele generell. Und sie kam halt gerade zu einer Passage in den Raum rein und das geht so ein bisschen mit einer Days Gone Geschichte einher, in der wir einfach nur über die Prärie geritten sind, in den Sonnenuntergang rein, wunderschöne malerische Kulissen, total dynamische Wetter- und Umwelteffekte und sie hat kurz gestaunt und du hast richtig gemerkt, sie wollte das nicht gut finden, aber sie kam nicht umher, begeistert davon zu sein, wie schön das ist und wie malerisch das ist. Hat dann aber gleich wieder so schützend präventiv schon mal die Hand quasi so vor sich gestreckt und gesagt, naja, aber am Ende geht es ja trotzdem wieder nur ums Töten. Was ein Stück weit richtig ist, aber auch nicht. Und diesen Perspektivwechsel, wie das in Red Dead Redemption 2 sehr gut macht, wie ich finde, auch ohne liegenbleibende Kader war mal mehr in den Vordergrund zu rücken. Ich finde, das könnten auch AAA-Spiele, selbst wenn sie sich vielleicht als Actionknaller und Baller-Orgien vermarkten. Ja. Siehst du das ähnlich, Mandy, oder denkst du so, pfff, soll so weitergehen, wie es bisher geht? Du hättest ja keine offenen Wünsche. Also ich glaube einfach, dass man halt sensibilisieren muss, das ist halt wichtig. Also wie gesagt, Gewalt ist ja, also das zu tabuisieren jetzt in Spielen, dass es gar nicht mehr behandelt werden würde, wäre, glaube ich, nicht zielführend. Aber das, was ihr angesprochen habt, mit dem, dass man halt sieht, welche Auswirkungen das hat, diese Sensibilisierung, das würde ich halt so eine Sichtweise, diesen Aspekt würde ich auch interessant finden. Deswegen also nicht wegstreichen und tabuisieren, aber wie man damit umgeht, ich glaube, das ist ganz wichtig. Cool. Schöne abschließende Worte. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Und schlagt uns in den Kommentaren auch gerne Themen vor, über die wir gerne mal reden sollen, eurer Meinung nach. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Spieletalks wieder und wünschen euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis dann! Da! 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 doch wieder drei.